Ich mach Moritz hier ne Nummer drauf, an sein Bad. Punkt 2, Rat Nummer 3, jetzt im Zielsport. Wie ist das? Wie schmeckt das? Schmeckt geil? Ja. Ist gut? Also, du bist ja ein richtiger OG. Ich? Ja. So, guten Morgen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu meinem ersten Gravel Race. Moritz auch das erste Gravel Race, glaube ich, oder? Mhm. Und wir fahren jetzt nach Schramberg. Und nachher gibt es da eine Runde mit 5,8, 5,9 Kilometer. Zehn Runden sind es. Und mit 80 Höhenmeter. Das heißt, am Ende haben wir 800 Höhenmeter. Was jetzt nicht wenig ist für 60 Kilometer. Und ja, mal schauen. Wird bestimmt lustig. Fit bin ich nicht so richtig. Aber ist ja egal. Es geht ja um Spaß. So, wir sind jetzt angekommen. Und wir holen jetzt die Startnummern. Und dann schauen wir uns mal die Runde an. Moritz ist schon richtig heiß. Er hat vorhin schon die Rennstrategie besprochen. Dass er am Start eine Attacke fahren wird. Und ich hab schon richtig Schiss davor. Für meine Attacke brauch ich keinen Schiss dran. Was machst du, Maik? Ich mach jetzt grad die Startnummer dran. Und ich muss halt schauen, dass ich da jetzt nicht irgendwie den Einteiler kaputt mache. Weil ich will halt nicht, dass der irgendwann aufreißt. Deswegen schau ich, dass ich das jetzt grad nur so an den, dass ich da ein bisschen umknick. Und das halt da an den... Eigentlich soll man das nicht machen, aber weil ich so klein bin... Ich mach Moritz hier eine Nummer drauf an sein Bad. Und wenn er jetzt gleich schreit, dann weiß ich, dass ich ihn gepikst habe. So, und wie ist die Runde? Zurück. Zurück. Ich gehe davon aus, dass wir die 10 Runden runterballern. Und schon geht es los. Jetzt hier grad die Startphase. Und meistens ist es da immer so ein bisschen hektisch. Aber alles relativ entspannt. Hier war ich mir nicht ganz sicher, fahren wir jetzt Rennen oder was ist los? Aber hier geht es nicht schon los. Wir wollten dann schon die ersten vorbeifahren und dann, ja... mal halt ein bisschen Gas begeben, um dann vorne gleich in die erste Passage reinzukommen. So, dann... Das ist jetzt das Ende des ersten kleinen Anstieges. Und da geht es jetzt in die erste, ja sag ich mal, etwas holprigere Passage. Dort wird dann auch, wurde auch schon Geschwindigkeit aufgenommen, ging ein bisschen leicht runter. Da konnte man schon quasi in Anführungszeichen die Beine fallen lassen. Beziehungsweise es fiel einem nicht so schwer vorwärts zu kommen, weil es halt ein bisschen abfallen war. Wieder kurz auf die Straße. Dort wurde ich jetzt überholt. Ich habe die Passage ein bisschen ruhiger angehen lassen. Einfach aus dem Grund, dass ich halt einfach keinen Bock hatte auf die Fresse zu fliegen. Und wenn man nicht weiß, wie die Reifen reagieren bei einer hohen Geschwindigkeit, dann habe ich halt lieber genauso hier in der Position keine Ahnung. Ich habe halt immer ein bisschen Meter verloren, aber das war mir in dem Moment auch egal, weil ich einfach auf sicher gehen wollte, dass mir nichts passiert. Und man sieht ja jetzt auch, die Leute überholen mich wieder. Und es passt ja, weil dann hatte ich gleichzeitig schon den Windschatten wieder. Konnte ganz einfach quasi ohne wenig Kraftaufhandel dranbleiben. Hier war jetzt etwas, zeige ich mal in Anführungszeichen, technische. Eine kleine technische Stelle, wo man einfach schauen musste, dass man die richtige Linie hat, weil man da sonst so ein bisschen abgerutscht ist und man dann echt viel Kraft gebraucht hat, um wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Man sieht jetzt hier auch 24, 23 kmh, was echt nicht so schnell ist, aber dafür halt richtig Kraft gefordert hat. Hier war dann so eine Grapple gerade, wo man einfach Geschwindigkeit aufnehmen konnte, wie man jetzt gerade sieht. Ja, hier dann die Abfahrt. Ganz entspannt. Und hier sieht man dann auch so, dass das Gravel Racing halt einfach ein bisschen lockerer ist. Da wird halt einfach ein bisschen abgekürzt. Und ja, hat sich keiner beschwert, hat auch gepasst. Wir waren alle cool damit. Hier war dann der dritte Anstieg, wo es dann nochmal ein bisschen hoch ging. Das sieht ja eigentlich total flach aus, aber der war sehr, sehr unangenehm. und dann hier gleich wieder eine super Passage. Hier war dann der erste Teil vorbei. Mit einer scharfen Kombination. Und hier kommt man dann in die letzte Rechtskurve vor dem Ziel. Auf den Zug. Auf den Zug von oben! Auf den Zug! Auf geht's,fire auf, auf! Auf, auf,オ습니다! Auf, auf, auf! Und hier geht es dann zum Ziel, schön mit hoher Geschwindigkeit, es hat richtig geschmeckt. Muss mal nach hinten schauen, wo sind die Jungs. Und hier dann vorbereiten auf die Passage wieder, zack, kurz hochgesprungen und dann wieder ins Gelände rein. Hier hatte ich vorher der Fabian Genuid da attackiert und da habe ich das Loch zugefahren. Und ja, man sieht man musste wirklich fit sein, weil es ging halt immer wieder so Spitzen mit 400-500 Watt und auch immer dieses Aufstehen. Das hat einen auf die Dauer echt nüge gemacht. Und das ist jetzt hier die schwierige Passage. Hier sehen wir, dass einer auch ein bisschen Probleme hatte, dadurch angefahren ist. Das macht ja aber nichts. Ich will einfach die Geschwindigkeit aufnehmen, dranbleiben und abwarten, was passiert. Man sieht hier einfach, dass ich so ein bisschen immer Meter verliere. Aber einfach, wie gesagt, der Respekt war jetzt auch für mich nicht so schwer, dann immer die Hüte schließt. Aber natürlich ist das nicht so toll, wenn man da immer Kraft verliert oder Kraft verschwendet. Und dann hier wieder, zack, ins Gelände rein. Da ist mir dann irgendwann mal auf die Kette runtergefallen. Ich musste anhalten und die Kette drauf machen. Das war eine etwas blöde Situation. Hier sieht man dann, dass es doch immer wieder dann zu Positionscampen gekommen ist. Einfach, weil jeder auch nur was sicher gehen wollte, kein Loch zu haben in den Kurven oder zu viel Kraft zu verschwenden, da wieder dran zu fahren. Und die Leute hatten einfach Bock, es hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, das sieht man auch. das war die Probe, bye bye tschüss. Hier bei einer der letzten Runden, da waren wir auch nicht mehr so viele. Da wurde es immer weniger. Und ja, ich hatte leider zu viel von den ersten Runden aufgenommen und dann hatte ich keine Kapazität. Ragnummer 2, Ragnummer 3 jetzt im Zielspurt. Oh, super, super, super. Klappot für Mike Mono. Ja, super, super. Oh, super, super. Hey Mike, wie warst? What? So, Rennen ist vorbei, war ganz geil, Wetter war top, Strecke auch, Horitz, was sagst du? Strecke war auf jeden Fall hart, gleich Action vom Start weg, gleich schön über den Acker. Ja, auf jeden Fall war ein bisschen zell, ich glaube am Ende waren es dann auch 800 Höhenmeter auf 60 Kilometer, also leicht war das nicht. Und ja, ich habe dann am Ende ein bisschen zu viel attackiert, weil ich das Rennen ein bisschen interessant machen wollte. Am Ende bin ich dann Zweiter geworden, war ganz okay dafür, dass ich die Woche nur 4 Stunden trainiert habe und eigentlich vom Gefühl her zu viel gemacht habe. Und jetzt sind wir auf dem Heimweg, dann gibt es eine Pizza und dann war mein erstes Grabberren vorbei. War geil, Reifen haben super gehoben, ich bin die Terra X gefahren, oder Terra Speed mit 40 Millimetern, also das war genau richtig tubeless. Sehr geschmeckt, Moritz hat mir ein bisschen schlechte Reifen drauf, die waren dafür vielleicht nicht so gut. Die sind nicht schnell genug gerollt, ich hatte vielleicht ein bisschen zu viel Druck. Ja, er hatte zu viel Druck, dann hat er den Schwalbe G1, der halt sowieso nicht so ein gröberes Profil hat, nur so ein leichtes. Und dann rutscht er halt einfach die ganze Zeit durch, ist halt nicht so geil. Aber ja, daraus hat er auf jeden Fall gelernt, würde ich sagen. Für nächstes Mal. Ja, für nächstes Mal. Bye-bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.